Hallo, ich bin Karina und lade Sie ein, mein Zimmer zu besuchen. Das ist mein Bett. Ich verbringe die meiste Zeit darin. Neben dem Bett befindet sich eine Kommode. Ich habe viele Bilder an den Wimmen. In meinem Zimmer gibt es viele verschiedene Dekorationen und Lichter. Hey, ich bin es. Über die Kommode habe ich zwei Spiegel an der Wand. Schöner Gesicht. Ich nähe ihn und deshalb habe ich eine Nähmaschine. Es ist ein Ort, in dem ich lese, meine Haushalte mache und miche zu. Mein Zimmer ist groß und hell. Ich liebe mein Zimmer. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.